Hallo, mein Name ist Damian Del Monte und ich begrüße Sie im Namen von Encephalon. Encephalon steht, das werden die meisten wahrscheinlich wissen, für das Gehirn. Das kommt daher, dass einer unserer Aufgabenschwerpunkte darin liegt, dass wir Materialien und Lehrvideos rund um das Thema Gehirn erstellen. Ein zweiter Aufgabenschwerpunkt liegt in der Produktion von Lehrmaterialien zum Thema Basiswissenmedizin. Mit unserem Kooperationspartner Lecturio werden diese Lehrkonzeptionen und Lehrvideos zu verschiedenen Paketen zusammengefügt. So entstehen unsere Online-Medizinkurse für unterschiedliche Fachdisziplinen. Sie laufen alle unter dem Label Universitätsmedizin, Uni Med. Dieser Name drückt unsere Philosophie aus. Die besteht nämlich darin, dass wir davon überzeugt sind, dass für jegliche therapeutische Richtung, die Sie später vielleicht anstreben, die wissenschaftlichen Grundlagen der Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und Klinik die fundamentale und notwendige Basis darstellt. Und genau zu dieser Grundlage, zu diesem Basiswissen möchten wir Sie herzlich einladen. Auf diese Tour durch den menschlichen Körper. Diese Tour durch den menschlichen Körper ist für uns viel mehr als reine Prüfungsvorbereitung. Natürlich darf man die Prüfung nicht aus den Augen verlieren, aber wir möchten Sie einladen, tatsächlich mit Freude und großem Interesse die Strukturen des Körpers zu begreifen, die wichtigsten Funktionsprinzipien zu verstehen. Denn die beste Prüfungsvorbereitung liegt im Verstehen dessen, was man lernt. Der Körper ist viel zu spannend, als dass man sich nur auf Prüfungsfragen fokussieren sollte. So führen wir Sie also durch diesen Organismus und gehen wie folgt vor. In mehreren wissenschaftlichen Studien an der Universität zu Köln konnten wir zeigen, dass die Art, wie wir das Wissen und die Lehreinheiten systematisieren, zu einem größeren Lernerfolg führt. Genau das nehmen wir auch bei der Präsentation des Wissens und der Inhalte sehr ernst. Wir tragen also das Wissen nicht nur einmal vor, sondern immer wieder bauen wir kleine Wiederholungsschleifen ein, die während des Vortragens Ihnen schon ein effektives Lernen ermöglichen. Ganz unmerklich schleicht das Wissen zu Ihnen durch die Kamera hindurch. Und dieses Lernprinzip wird so schon beim Zuhören der Vorlesungen und beim Folgen der Vorlesungen langsam etabliert. Aber natürlich wird es trotz allem Phasen geben, wo Sie das Gefühl haben werden, oh mein Gott, viel zu viel Stoff. Das lässt sich bei der Medizin einfach nie ganz verhindern. Aber Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen. Wir sind bei Ihnen und wir führen Sie dahin durch. Und es wird unsere Aufgabe sein, Sie bei jedem neuen Kapitel wieder aufs Neue zu begeistern für diese wundervolle Medizin. Zum Ende noch ein paar Worte in eigener Sache und eine letzte Orientierungshilfe für Sie. Zum Glück geht auch unsere technische Entwicklung weiter, sodass wir seit einigen Monaten die neuen Lehrvideos in unserem neuen kleinen Filmstudio in Karlsruhe drehen können. Auf dass die Qualität noch besser wird und Sie noch mehr Freude haben beim Einstieg in die Medizin.